So, wunderschönen guten Tag. Es ist jetzt 9 Uhr morgens. Wir sind in Dortmund. Zweiter Tag. Ich wollte euch gerne mal zeigen, wie so ein Tag eigentlich im Hosenalltag beginnt. Draußen hat sich die Mannschaft versammelt und wir treffen uns immer traditionell zum Frühsport, zum Morgenappell und geben die aktuellen Meldungen des Tages durch. Morgen! Morgen! Morgen, Frauen! Leute, es gibt Trauriges zu berichten. Gestern sind zwei Lichtleute wieder von der Traverse gefallen und deshalb verlustig. Das bedeutet für alle von uns mit doppelten Einwärtskämpfer und den Sieg! Jawohl! Jawohl! Richt euch! Ja, was? Steh ich gar nicht! So, wir machen uns jetzt locker, die ersten 5 Minuten wie immer. Auf der Stelle zum Abend. Wir lassen mit dir. Eingelie! Es macht mir Spaß, auf Tour zu sein! Die Fortuna ist mein Verein! Bei den Hosen geht's mir gut! Immer gern um Suppe und Brot! In einer Gruppe, Zuppe und Pfund. Kusen, 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 Kusen. Mein Chef, der ist ja nett zu mir. Warum arbeite ich gerne hier? Am Morgen schuppelt es der Kurs. Am Morgen schuppelt es der Kurs. Mit Frischmord auf dem Samenplatz. Mit Frischmord auf dem Samenplatz. Tschüss dann! Was habt ihr eigentlich für Klamotten an? Sportlöten! Hier ist die Fortschrittsmäße. Kurze Hose, Leute. Reiben neue Klamotten und dann geht es hier weiter. Prüße Hose! Abtritt an! An die Praxis. Wir müssen da durch! Wir haben das gedacht. Wir haben das gedacht. Wir haben das gedacht. Wir haben das gedacht. Wenn im Frühwort man schlafen und von Schicksal sprichst. Weil du gerade glücklich bist. Ich bin zufrieden. Ich schal den vielen Licht aus. Den lieben Menschen um mich. Wenn der Boden unter deinen Füßen bricht, gibt's keinen Haltergriff. Ob du loslässt oder ab du kämpfst, es weiß nicht einfach mehr. Und dann! Alles! Wir sind auf die Warte! Das wird alle! Wir sind auf die Warte! Licht wieder! Wir sind die gute und die schwere Zeit. Nichts bleibt jemals stehen. Eine Handfolge reicht nie für zwei. Man muss nehmen, was man kriegt. Ich hab keine Angst zu sterben, solange du bei mir bist. Doch halt ich nicht an meiner Liebe bin. Alles! Alles! wird vorüber gehen! Das wird alles! Mal vorüber gehen! Ja, es wird alles! Mal vorüber gehen! Setzt euch nochmal hin, Leute! Setzt euch hin! Andi versucht jetzt über die Seite zu entkornen. Auf fury! Wir sind auf Audio! Für wichtig! Wir sind auf Audio! Wir sind auf Based Wi frage! Wim, für wichtig! Wim, für wichtig! Wir fahren auf Us! Nimmgreen eine gute Cake Peng. Ja, ja, ja. Wir giñigen die anderen Hälften! Wir giñigen die anderen Hälften! Wir giñigen die anderen Hälften! A uns und und an happens, a uns und wirkkerteid! Doh bring in die anderen Hälfte, nach BrasilP! Wir giñigen die anderen Hälften! Af und einETH, auf und ein Problem, auf und ein hälfteid! SchöOUR! Schö Étlodor! Was war das denn für eine Scheiße heute, Jungs? So viel verspielen, das ist doch nicht zu fassen. Mittelmäßig. So, du stehst da rum und träumst, denkst ans Kiffen und gibst mir kein Feuerzeug. Lieber, wenn du da einfach so die Sports-Set-Liste hast, hat ja wohl überhaupt nichts geklappt. Völlig desolate Mannschaft. Das ist, wenn man nur Nutten und Koks und Kocken hat. Wir streichen dann. Ja, war gut, ne? Beste Gig der Tour, oder? Ziemlich viel, ziemlich viel. Aber der war... Der war sehr gut. Der war sehr gut. Der war sehr gut. Ich darf euch Robert vorstellen. Robert hat hier in Dortmund verwandte. Die waren auch da. Und meinst du, es hat ihnen gefallen? Denk ich. Ich hoffe, es hat richtig gefallen. Dortmund war groß und wir sehen uns alle wieder in Berlin. Und ganz gut. Und so lange war das. Berlin, Berlin! Wir fahren nach Berlin! 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 Ja, 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 ja.